Weite Wege, weite Wege, man könnte sie auch nicht zum Aufbruch setzen, wenn man es weiß. Weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht. Aber hier, das gesamte Sirene Operntheater marschiert auf. Sie schreiben, hier bist du schön, auf der Bühne kostet sie Zeit. Bitteschön. Zuck, zuck, zuck. Ah, noch ein, du müsstest den Preis kriegen, ja, der Preis muss ja übergeben. Ich hätte jetzt fast vergessen. Ja, Wahnsinn, also ich bin viel, sonst wäre das gar nicht gegangen. Ich danke den ganzen Themen, dem fantastischen Dirigenten dieser Produktion, François-Pierre Dekon, unserer Produktionsleiterin Claudia Haver, stellvertretend für das wunderbare Sängerteam Bernhard Randauer und vor allem meiner Frau und Partnerin Christine Thornquist. Danke, dass wir hier sein können. Danke an die Jury. Danke an das Rote Wien, das uns jahrzehntelang gefördert hat. Und danke, der liebte Mensch jetzt. Danke. Applaus